Und jetzt heißt es nicht nur neu bei Pearl TV, sondern auch unglaublich stark nachgefragt. Unser Flaggschiff, die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Die Nachfrage ist riesengroß und so können wir auch sagen, dass das in wenigen Tagen ausverkauft sein wird. Die nächste Lieferung wird dann erst erwartet Ende Juni bis Mitte Juli. Das steht noch nicht so genau fest, also bestenfalls Ende Juni. Und das kommt jetzt noch genau in wenigen Tagen zu Ihnen, genau im richtigen Moment. Denn ja, auch positive Nachrichten erreichen uns zu diesen Zeiten zum Beispiel, dass manche Campingplätze wieder öffnen. Camping-Urlaub in großen Teilen Schleswig-Holsteins in Kürze möglich. In folgenden vier Regionen sollen laut dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, Modellprojekt für die Öffnung des Tourismus werden. Sylt und der Kreis Nordfriesland. Büsum, Schleiregion, Eckernförde und Innere Lübecker Bucht mit Neustadt, Retin und Pelzerhaken. Also, Sie sehen, Campingfreunde dürfen sich wieder freuen. Und das ist vielleicht gerade, wenn Sie campen gehen, genau das Richtige, der Strom zum Mitnehmen. Ich war schon in Gedanken, als du Büsum gesagt hast, das ist so schön da oben in Schleswig-Holstein. Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Aber kommen wir zu unserem Artikel. Das ist unser Sahnestückchen an Powerpack. Unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack mit Solarkonverter. Das heißt, dieses Powerpack können Sie mit Solar aufladen. Ich sage mal, die technischen Daten, es hat 300 Amperestunden, 1100 Wattstunden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1,1 Kilowattstunden. Sie können Geräte bis zu 1000 Watt anschließen, bis zu 2000 Watt, aber in Dauerbelastung bis 1000 Watt. Wie ist das möglich, diese Technik, diese geballte Power in diesen Formfaktor zu kriegen? Es ist die neueste Technologie. Wir haben hier Smart Lithium-Akkus drin. Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind hier drin. Das ist ganz, ganz neue Technik. Das bedeutet, dieses Powerpack ist sehr klein und leicht für die Leistung, die es bringt. Es liegt 11,5 Kilogramm. Das ist so wie eine Dreiviertelkiste Bier, würde ich mal sagen. Die Akkus selber haben einmal natürlich, sind sie klein und haben diese Mordsleistung. Das andere ist, dass sie die tatsächlich bis zu 2000 Mal aufladen können. Was bedeutet das? Wenn Sie ihn jeden dritten Tag nur aufladen, wenn Sie ihn zwei, drei Tage benutzen und dann wieder aufladen, hat das eine Lebensdauer vom Hersteller von 15 bis 18 Jahren oder so, hast du mal ausgerechnet reißt. Das ist die Norm, wenn wir mal die Handy-Akkus anbieten. Ihr Handy, das werden Sie genauso sagen. Nach einem Jahr wird es schwächer. Nach zwei Jahren ist es in vielen Fällen schon Schluss hier. Wirklich 2000 Ladezyklen. Und wenn man es ganz, ganz regelmäßig bedient, also kann man schon sagen, 15 bis 18 Jahre, das ist schon eine Ewigkeit. Das ist eine Ewigkeit, genau. Das ist es ja. Wir haben hier so viel und wir haben hier, ich gehe mal hier über die Anschlüsse ganz schnell. Wir haben 12-Volt-Anschlüsse, ganz normal. Wir haben hier unseren 12-Volt-Anschluss oder auch Zigarettenanzüge, das sagte man früher. Wir haben hier dieses Stiftstecker, die sind für viele Camping- und Bootanwendungen. Wir haben hier drei USB-A und einen USB-C-Stecker dran. USB-A, das können Sie benutzen, um Geräte zu betreiben bzw. zu laden. Der Orangene hier ist ein Quick Charge, das heißt, da werden Geräte bis zu viermal so schnell geladen. USB-C und das ist was ganz Besonderes auch wieder. Die neuesten Apple-Geräte und Samsung-Geräte haben USB-C als Stromversorgung. Und hier kommt richtig Power raus mit 60 Watt. Das ist richtig viel Strom. Hier können wir das Netzteil anschließen, um es damit zu laden. Und schauen Sie mal hier. Hier sind Klemmen. Da können wir unser Solarpanel direkt anschließen. Und hier haben wir nicht eine, sondern zwei 230-Volt-Steckdosen. Sie können alle Anschlüsse gleichzeitig belegen. Das heißt, in einer Camping- oder Caravan-Situation oder Boots-Situation können Sie zwei 230-Volt-Geräte betreiben, den 12-Volt-Anschluss benutzen für eine Kühlbox, diese hier für Navigation oder was immer Sie wollen, gleichzeitig Ihre Handys laden und einen Laptop, alles gleichzeitig laufen lassen. Und das sehr lange, weil wir, wie gesagt, 1100 Wattstunden Leistung hier drin haben, die Ihnen eben lange, lange Strom garantiert. Und das ist das Größte und Stärkste, was wir haben. Wir haben es vor zwei Wochen bekommen. Die Nachfrage ist, wie gesagt, sehr hoch. Wir haben schon sehr viel verkauft davon. Und wie du gesagt hast, die nächste Lieferung kommt leider erst frühestens Ende Juni, im Juli. Da sollten Sie jetzt die Gelegenheit nutzen. Es ist das Beste, was es gibt für Camping, um eben Ihren Stromverbrauch, während Sie nicht an einer Steckdose sind, Ihren Strom zu garantieren. Ich mache Ihnen mal an, hier ist es auch kinderleicht zu bedienen. Hier oben im Display sehen wir den Füllstandanzeige, ist jetzt also ganz voll. Wenn ich etwas benutzen will, drücke ich einfach drauf. Hier sehen Sie, das ist das Zeichen für 12-Volt. Hier drücke ich drauf, dann habe ich hier das USB-Symbol. Und wenn ich hier drauf drücke, das sind jetzt die 230 Volt, sehen Sie hier oben das Symbol, ich mache hier, ist eine Sinuskurve. Was bedeutet das? Das Sinuskurve bedeutet, dass wir hier reinen Sinusstrom rauskriegen. Strom ist ja Wechselstrom, das heißt, er wechselt immer in Kurven. Und da haben wir einmal hier eben reinen Sinusstrom und einen sinusähnlichen Strom, der bei anderen Powerpacks üblich ist. Das bedeutet, ganz wenige Geräte zicken rum, wenn sie keinen reinen Sinusstrom haben. Hier sind Sie auch damit auf der sicheren Seite. Die Technik ist einfach begeistert in diesem Powerpack. Und der Preis, das möchte ich auch noch dazu fügen, ist absolut begeistert. 899,99 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung und einem marktüblichen Preis von 1800 Euro. Also Sie sparen da noch mal bares Geld. Und wenn wir jetzt sagen, bald ausverkauft und die nächste Lieferung kommt erst in vielen, vielen Wochen. Das ist keine Floskel. Es ist einfach so, die kennen die Liefersituation weltweit. Einerseits natürlich Corona-bedingt. Die Lieferketten sind nicht mehr die, die sie mal waren. Dann haben wir alle mitbekommen, Suezkanalblockade. Das werden wir auch noch Wochen und Monate in den Lieferketten spüren. Also wer dieses Gerät will, muss schnell sein. Und Camping haben wir jetzt angesprochen. Aber ich denke auch an die Schrebergartenbesitzer oder an die, die im Garten einfach mal werkeln wollen oder die die Garage zur Werkstatt ausbauen wollen, obwohl dort kein Stromanschluss ist. Also die Einsatzmöglichkeiten sind ja vielfältig. Und es ist eigentlich ein Traum, der wahr wird, mobiler Strom zu mitnehmen. Und das jetzt in dieser unglaublichen Leistungsstärke. Es ist, das sei noch mal betont, unser Flaggschiff, unser leistungsstärkstes und langlebigstes Powerpack, welches wir derzeit vorstellen dürfen. Und es ist so einfach, es ist so einfach auch zu bedienen. Es gibt, wie du sagst, so viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Camping, Caravaning, Boote. Das ist jetzt, sagen wir mal, der große aktuelle Ferienbereich. Aber auch wenn wir mal eine Party draußen machen wollen, brauchen wir keine Kabeltrommel zu legen. Wir können einfach Musik anmachen. Diana, machst du mal Musik an? Und dann sehen Sie, hier ist eine große Stereoanlage dran. Und wir haben da richtig Musik schon. Passt ja auch. I got the power. Diana had the power. Und das ist ganz einfach. Können Sie die Sachen anschließen? Sie können zwei Geräte gleichzeitig anschließen. Wie gesagt, also ein Bereich wäre jetzt, wie gesagt, Caravaning, Booten, Camping. Der nächste Bereich ist, wenn Sie einfach mal im Garten Strom benutzen wollen, wo Sie keine Steckdose haben. Sei es jetzt, um eine Party zu machen. Es kommen jetzt die großen EMs und Olympischen Spiele. Da können Sie einfach einen Fernseher hinstehen und den stundenlang laufen lassen. Und noch Licht dabei, weil Sie zwei Steckdosen haben, ohne eine Kabeltrommel zu verlegen und alles auszurollen. Das kriegt man vielleicht noch hin. Aber wenn alles vorbei ist, will man nicht wieder alles einrollen. Mit einem Powerpack sind Sie auf der sicheren Seite. Dann darf man nicht vergessen, wir haben ab und zu auch Stromausfall in Deutschland. Es gibt immer einen Stromausfall in Deutschland, egal wann. Wenn Sie das trifft und Sie haben so ein Powerpack, sind Sie absolut auf der sicheren Seite, weil Sie können weiterhin Ihren Fernseher betreiben, Ihren Kühlschrank, dass der nicht abtaut, Ihren Gefrierschrank. Das muss man ja sonst alles wegschmeißen. Und das ist eben die Stromquelle der Zukunft. Da sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Sie können weiterhin Ihre elektrischen Geräte laden. Das ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man nicht weiß, was draußen in der Welt passiert. Nachrichten hören im Radio, Fernsehen schauen. Sie sind völlig stromunabhängig im Falle eines Stromausfalls. Und die letzte und ganz, ganz große Anwendung dafür ist natürlich auch, wenn man Gartenarbeit oder überhaupt Werkzeug benutzt, wo keine Steckdose ist. Jetzt mal ganz einfach angefangen mit einer Heckenschere. Hier sehen wir mal, wie viel Watt normale Geräte brauchen. Hier können Sie Geräte bis zu 1000 Watt anschließen. Alles auf dieser Liste können Sie anschließen. Eine Schlagbohrmaschine, eine Heckenschere, ein PC, ein Flachbildschirm braucht 150 Watt. Da sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Sie können sogar einen Staubsauger anschließen. Das finde ich immer das tollste Beispiel. Warum sollte ich Staubsaugen? Aber es ist natürlich auch so, dass Sie Ihren Staubsauger damit zum Auto nehmen können, um Ihr Auto mal richtig Staub zu saugen. Aber es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten dafür, eben in einer Gartenlaube, in einem Schrebergarten, wo kein Strom ist. Hiermit haben Sie Strom, können Arbeiten verrichten. In einer Garage, wenn Sie damit arbeiten, wenn Sie Werkzeug haben, in der Garage, aber keine Steckdose. Hiermit können Sie Schlagbohrmaschinen betreiben. Richtig hochwertige Sachen. So kraftvoll ist unser Powerpack. Wir hatten auch irgendwo eine Zuschauerschrift, Zeitzuschrift von einem Rohbau. Ein Rohbau oder überhaupt, wenn man renoviert, da wird ja der Strom meist abgeschaltet. Hiermit kann man weiterarbeiten. Man hat Licht und kann noch die Bohrmaschine benutzen. Es ist einfach universell einsetzbar. Jeder kann es brauchen. Und wie gesagt, im Moment ist die Hauptanwendung natürlich Camping, Caravaning. Leute laden damit die Bordbatterie ihres Caravans einfach mit unserem Powerpack. Es ist kinderleicht. Ich mache mal die Steckdose an. Und dann sehen Sie auch sofort, wenn ich etwas reinstecke, geht der Strom an. Ich habe hier mal eine Bauleuchte. Das ist übrigens auch ganz interessant. Wir haben hier auf dem Typenschild, jedes elektrische Gerät in Deutschland muss ein Typenschild haben. Wenn Sie Ihr Gerät nicht in unserer Liste gefunden haben, schauen Sie einfach aufs Typenschild. Da sehen Sie, wie viel Watt das Gerät braucht. Und in dem Moment, wo ich den Strom anschalte, ist er auch schon verfügbar. Ich stecke mal hier die rein. Und wir sehen, sofort ist das Licht an. Und das ist eine starke Bauleuchte. Damit hat man richtig Licht überall, wo man eben Arbeiten verrichten will. Und das sehr lange Zeit mit dieser Technologie. Und Diana, du wolltest uns mal zeigen, wie man mit einer Heckenschere tatsächlich noch dabei arbeitet. Ich habe hier mal eine mitgebracht, damit Sie mir auch glauben, dass man hier richtig großes Werkzeug machen kann. Und Hecke ist so eine ganz typische Anwendung, weil die sind immer am Rand eines Grundstücks. Da ist nie eine Steckdose. Und dann fängt man an, eben lange Kabeltrommeln zu legen. Und hier mit unserem Powerpack, nehmen Sie einfach Ihr Powerpack mit. Und dann können Sie die Hecke schneiden, wo und wie Sie wollen, ohne sich um Kabelgewürz zu kümmern. Ich habe jetzt beide gleichzeitig an. Und jetzt können Sie die Hecke schneiden. Diana wird uns das mal demonstrieren. Das ist eine richtig starke, professionelle Heckenschere, die eben Ihnen den Strom liefert, um... Und es ist unglaublich. Da sehen wir natürlich das Typenschild der Heckenschere. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier möglich ist. Und ich muss sagen, bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis ist es auch wirklich perfekt. Hier, 899 Euro und 99 Cent. Ich erinnere noch mal an die unverbindliche Preisempfehlung von 1800 Euro. Und wir schauen noch mal auf curl.de, auf den regulären Preis. Da sehen Sie es. 999, da haben wir knapp 1000 draus. Sie sparen noch mal 100 Euro. Aber, und das muss ich jetzt noch mal sagen, nur solange der Vorrat reicht. Die Nachfrage ist riesengroß bei Campern jetzt natürlich. Die Campingsaison wird gleich eröffnet. Aber auch natürlich für Bootbesitzer, für Gartenbesitzer und für Leute, die einfach Sicherheit haben wollen. Weil damit hat man die Sicherheit, immer Strom zur Verfügung zu haben. Auch in einem Krisenfall, das heißt Stromausfall. Unser Flaggschiff, und ich möchte dich noch mal kurz zusammenfassen. Neueste Akkutechnologie mit einer unglaublichen Kapazität von 300 Wattstunden, 300 Amperestunden oder 300.000 Milliampere Stunden. Langlebigkeit, 2000 Ladezyklen. Dann haben wir nicht nur Gleichstrom, also 12 Volt und USB-Strom, sondern eben auch den Wechselstrom. Und hier noch mal mit der reinen Sinuskurve, also wirklich wie zu Hause aus der Steckdose. Es ist unser Flaggschiff und im Moment auch das stärkst nachgefragte Powerpack. Und deshalb, ich möchte noch mal dran appellieren, seien Sie schnell. Es ist vor allem auch so toll, wie klein und kompakt das ist. Früher brauchte man dafür einen Dieselgenerator, der hat gestunken und Lärm gemacht. Heute haben wir das tragbar dabei. Vor vier, fünf Jahren hätte man dieses Powerpack, wäre wahrscheinlich achtmal so groß und zehnmal so schwer gewesen. Das ist heute transportabler Strom der Zukunft. 1.100 Wattstunden und Geräte bis zu 1.000 Watt. Das ist wirklich unglaublich in so einem kompakten Formfaktor, sage ich mal. Es hat diese zwei Griffe, an denen man es auch ganz bequem tragen kann. Es wiegt 11,5 Kilogramm, hat neun Anschlüsse. Eben mit dieser neuesten Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie ist das möglich, dass wir eben unser Powerpack in diesem Formfaktor Ihnen anbieten können. Ich war begeistert, als ich es letzte Woche das erste Mal gesehen habe. Es ist einfach ein tolles, tolles Gerät und verdient unser Flaggschiff und Bestseller. Es ist schon auf Platz Nummer eins einiger unserer Top Ten gewesen letzte Woche. Und das mit Recht. Ja, das absolut mit Recht. Und die Nachfrage steigt minütlich in den letzten Tagen. Unglaublich viele Bestellungen von Ihnen, wofür wir uns natürlich bedanken. Und wer noch am Überlegen ist, soll ich oder soll ich nicht? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist es noch lieferbar. Pfingsten und dann vielleicht auch der Pfingst-Camping-Urlaub steht vor der Tür. Dann sollte Ihr Strom eben mitgehen. Dann sind Sie auch im Wohnmobil nicht reduziert auf die Bordspannung, haben die Möglichkeit, selbst Ihre Bordbatterie unterwegs wieder aufzuladen. Und Sie wissen, auch auf Campingplätzen kriegt man nicht immer genügend Strom, wenn man dann einen Stellplatz hat. Und es ist derzeit sowieso alles anders. Und dementsprechend sollte man sich auf jede Eventualität vorbereiten. Die Bestellnummer für Sie ist die ZX 3077 und die 569. Und das ist die Freiheit, die Sie sich nehmen können, Strom für überall, Strom zu mitnehmen. Und das ist, das betone ich nochmal, unser absolutes Flaggschiff. Das langlebigste und leistungsstärkste Powerpack, das wir jemals vorstellen durften. Und es ist, wie gesagt, transportabel. Es ist nicht schwer. Es ist klein. Und es hat eine unglaubliche Leistung für jeden Anwendungsbereich. Wie wir gesagt haben, für Campingbooten bzw. für Vergnügen, wenn Sie irgendwas im Garten machen wollen. Sie können das überall hin mitnehmen, wo keine Steckdose ist. Wir haben hier eine Stichsäge, haben wir im Bild sehen Sie gerade. Sie können schweres Werkzeug anschließen an dieses Powerpack. Und das ist das Tolle, dass man eben wirklich alle Geräte hier bis zu 1000 Watt anschließen kann. Die laufen sauber durch den Sinusstrom. Und Sie haben jede Menge Power mit diesen 1100 Wattstunden. Das bedeutet, wie lange können Sie die Geräte dran laufen lassen. Es ist einfach unglaublich, was heutzutage möglich ist. Und Diana genießt es auch, stromunabhängig Musik zu hören, wie wir sehen. Es macht einfach Spaß, so ein Powerpack zu haben. Und es ist ja, wie gesagt, das Beste, was es im Moment gibt. Und wenn das Beste Ihnen gut genug ist, dann sollten Sie hier mit unserem Powerpack zuschlagen. Nein, Sie müssen sogar, bevor es zu spät ist. Denn die Nachfrage ist riesengroß. Und die erste Lieferung, die Sie auch noch zum Einführungspreis bekommen, wird bald ausverkauft sein. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die nächste Lieferung frühestens, wenn wir ganz optimistisch denken, dann Ende Juni. Und da ist der Sommer schon fast wieder rum. Deshalb jetzt zugreifen, ob als Energiereserve beim Campingurlaub, ob als ganz einfach der Strom zu mitnehmen, den Sie überall verwenden können. Oder als Versicherung gegen Stromausfälle. Ich denke, Sie liegen auf jeden Fall richtig. Und das sollte meiner Meinung nach auch in keinem Haushalt fehlen. Auch wenn Sie jetzt gerade Renovierungsarbeiten andenken, dann wird ja oft auch aus Sicherheitsgründen der Hauptstrom abgeschaltet. Und dann müsste man mit leistungsschwächeren Akkugeräten arbeiten. Hier können Sie trotzdem mit Ihren gewohnten kabelgebundenen Geräten arbeiten. Und das ohne Einbußen. Mensch, Ingo, ich wäre froh gewesen, wir hätten so etwas in unserer Jugend gehabt. Wir hatten legendäre Partys am See. Da haben wir oftmals Autoradios aufgedreht, in volle Lautstärke, um Musik zu haben. Oder ein Dieselaggregat geliehen. Das hier ist die perfekte Alternative. Und die gibt es heute eben. Und da greifen Sie zu. Für Sie nochmal die Bestellnummer ZX 3077. Und dann die 569. Die 569 ist ganz, ganz wichtig, weil nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Wir schauen mal kurz auf pearl.de. Für unsere Online-Kunden schon verfügbar, aber für knapp 1000 Euro. Und die Katalog-Kunden, die haben es noch gar nicht gesehen, weil das erst im nächsten, im folgenden Katalog dort veröffentlicht wird. Sie haben wieder mal die Nase vorne preislich und auch zeitlich. Und holen Sie sich, das kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, jetzt Ihr Flaggschiff, bevor diese Lieferung ausverkauft ist. Nein, du sagst gerade, Baggersee, das haben wir auch gemacht. Jetzt musste immer einer, durfte sein Autoradio nicht zur Verfügung stellen, weil das Auto brauchen wir, um die anderen Autos wieder anzuschmeißen mit Überspielkabel. Hier haben Sie richtig, richtig viel Strom immer dabei, wo keine Steckdose ist. Beim Camping am Baggersee oder in Ihrem Caravan oder auf Ihrem Boot oder überall, wo keine Steckdose ist. Es gibt ja auch viele Schrebergärten, wo kein Strom erlaubt ist. Hiermit haben Sie trotzdem Strom, brauchen auf Licht zum Beispiel nicht zu verzichten. Ein ganz, ganz tolles Powerpack, was allen Ansprüchen genügt. Es ist das modernste und größte Powerpack, was wir haben. Deshalb ist es unser Flaggschiff und auch bereits sehr nachgefragt. Wie gesagt, die Lieferung, die wir im Moment haben, ist schon sehr, sehr, also was wir jetzt noch haben, ist schon sehr begrenzt. Sie sollten jetzt zuschlagen, damit Sie nicht auf die nächste Lieferung warten müssen, damit es Ihnen niemand vor der Nase wegschnappt, ist jetzt der Moment anzurufen, weil der Preis gilt ja auch nur für die nächsten zwei Stunden. Dann sind wir wieder bei 999 Euro. Es lohnt sich hier zuzuschauen und eben von unserem Angebot Gebrauch zu machen. Auf jeden Fall. Und wenn Sie jetzt sagen, das höre ich immer wieder, bald ausverkauft. Es ist auch so. Das sehen Sie bei vielen Produkten in unserer großen Produktpalette. Es liegt einfach an den derzeitigen Lieferketten, an der weltweiten Situation mit Lieferengpässen, gerade auch was Fensterputzroboter, was Werkzeuge, was Sportgeräte angeht und natürlich auch unsere Powerbacks. Und eben wenn die Lieferung ausverkauft ist, dann müssen Sie bis mindestens Ende Juni warten, bevor die nächste Lieferung dann avisiert wird oder bei uns ankommt. Und jetzt sofort lieferbar kommt natürlich Porto und Versandkosten frei zu Ihnen und dann steht der Gartenparty mit den zugelassenen Personen überhaupt nichts im Wege der Renovierung, dem Campingurlaub oder was auch immer. Hier aber bitte, bitte schnell sein, weil es ist wirklich so, dass es im Laufe dieser Woche allerhöchstwahrscheinlich noch ausverkauft sein wird. Und die Nachfrage ist auch jetzt in dieser Sendung wieder riesengroß. Und deshalb für Sie nochmal die Bestellnummer, die ZX 3077 und die 569, der Preis, der TV-Sonderpreis 899,99 Euro. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.800 Euro. Ja, und ich habe sogar im Internet gesehen, für ähnliche Geräte bis zu 2.500 Euro teuer. Müssen Sie nicht zahlen, Ihr Preis 899,99 Euro. Und das ist schon richtig clever, sich den Strom für überall, die Stromalternative des 21. Jahrhunderts zu holen. Aber noch cleverer ist, wenn Sie die auch wieder autark aufladen können. Autark heißt, ohne irgendwo Strom zuzuführen. Und das geht mit Solarpanels. Und wir haben hier zwei Kombinationen für Sie vorbereitet. Denn das erste ist ja, da kann man sagen, mobiler kann es gar nicht gehen, oder? Mobiler kann es gar nicht gehen. Ich zeige Ihnen das mal eben. Es kommt in dieser Tasche. Schauen Sie mal. Das ist also ganz normal, einfach zu tragen. Aber Sie werden nicht glauben, was sich hier alles drin verbirgt. Hier vorne haben wir eine Tasche. Da sind die ganzen Anschlusskabel drin. Und jetzt falte ich das mal auseinander. Es ist ganz einfach mit Klettverschluss gemacht. Dann rolle ich das hier aus. Das geht ganz allein. Du brauchst nicht mal Hilfe. Ich brauche nicht mal Hilfe. Und dann haben wir hier tatsächlich zwölf Photovoltaik-Solarpanels. Ralf, wenn du mal hier an der anderen Seite hältst. Das kann man jetzt irgendwo hinhängen oder hinlegen. Genau, es hat hier tatsächlich noch diese Schlaufen, dass man es eben auch hinhängen kann. Und diese zwölf Panels geben uns tatsächlich 150 Watt. Es ist modernste Technologie. Monokristalline Solarpanel. Das heißt, die sind sehr stabil, sehr energieeffizient. Die haben tatsächlich bei Tageslicht, laden die auch. Sie brauchen kein Sonnenlicht. Tageslicht reicht. Wir haben das hier im Studio mal gesehen. Sogar unsere Studioleuchten geben Ihnen Energie. Und wenn Sie die Kombination unserer Bundle nehmen von diesem Solarpanel mit unserem Powerpack zusammen, sind Sie komplett stromunabhängig. Sie kriegen, wie gesagt, 150 Watt, kommen hier raus in Ihr Powerpack und können damit völlig stromunabhängig Ihr Powerpack laden und betreiben. Sie sind praktisch Ihr eigenes Kraftwerk, Ihr eigenes Sonnenkraftwerk. Absolut klimaneutral. Auf der sicheren Seite, wenn Sie das einfach, Sie können das auf die Erde legen. Es kommt ein langes Anschlusskabel dazu. Legen wir es mal hin. Legen wir es mal hin. Wunderbar. Legen Sie es in die Sonne, legen Ihr Powerpack daneben und dann wird das Powerpack zusammen hier eben mit unserem Solarpanel geladen. Sie sind absolut unerheuerlich und können tagelang, wochenlang absolut klimaneutral unterwegs sein und haben immer Ihren Strom dabei. Ja, man baut sich also seine eigene Strominsel, Selbstversorger, CO2-neutral, vielleicht auch noch ganz unwichtig und das eben überall, wo Sie sind. Also ich finde das perfekt und ich erinnere Sie nochmal an die unverbindliche Preisempfehlung nur des Powerpacks hier, unseres Premium-Modells, 1800 Euro und hier haben wir jetzt ein Gesamtpreis, Solarpanel, 150 Watt Leistungsaufnahme und Powerpack von 1206,49 Euro. Für diese Kombination, die Bestellnummer, die ZX 3081 und die 569, der Preis nochmal unglaublich günstig, 1206,49 Euro. Kommt selbstverständlich Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Und ich habe von einer zweiten Kombination gesprochen und da ist ganz, ganz wichtig, das ist im Moment unsere beliebteste, weil leistungsstärkste Kombination. Und ich möchte Ihnen hier auch mal nachher noch einen Artikel vorlesen, wie wichtig mobile Solaranlagen für Camping- und Wohnmobile sind. Und das ist wohl die mobilste und leistungsstärkste. Kommen wir gleich dazu. Aber wie leistungsstark ist denn dieses Solarpanel, Ingo? Dieses Solarpanel liefert unglaubliche 260 Watt und das auf der Größe. Es ist transportabel, es ist wirklich, es klappt hier in der Mitte zusammen und dann lässt es sich tragen wie ein Tapeziertisch. Es hat 260 Watt, wie gesagt, es ist auseinandergeklappt, 118 mal 133 Zentimeter groß, wiegt 19 Kilo, ist also transportabel. Es ist wieder diese monokristalline Technik, die so effizient ist. Es ist wetterfest, natürlich. Sie haben ein fünf Meter langes Anschlusskabel. Das heißt, dieses Solarpanel können Sie auf Ihr Dach irgendwo hinlegen oder in die Sonne stellen. Wir haben hinten zwei Füße dran. Ich kann Ihnen das mal zeigen gleich. Wir haben zwei Füße dran. Es steht hier auf den eigenen Füßen. Das heißt, es ist immer im richtigen Winkel zur Sonne, zur Lichtquelle und liefert dann 260 Watt an Ihr Powerpack. Damit sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Wie gesagt, völlig stromunabhängig. Sie können tagelang, wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang unterwegs sein. Und du hast einen Artikel auch noch, Ralf. Ja, ganz wichtig, wie wichtig das auch gerade beim Camping ist. Mobile Solaranlagen für Camping und Wohnmobil. Nicht nur für Wohnmobile sind mobile Solarmodule von großem Vorteil. Egal ob beim Campingkarawan oder im Schrebergarten. Solarkoffer sind die mobile Lösung, wenn du mal eben schnell besonders effektiv Strom erzeugen willst. Solaranlagen sind eine einmalige Investition. Einmal gekauft, liefern sie über viele Jahre gratis Sonnenstrom. Selbst auf dem Campingplatz kann man sich so die Strompauschale durch selbst erzeugten Solarstrom sparen. Das ist unser leistungsstärkstes Bundle, also Kombination, leistungsstarkes Premium-Powerpack und 260 Watt Solarpelle. Und bei der Größe, das kann man ja auch zu Hause aufstellen, ich glaube, bei der Größe bräuchtest du, wenn du das auf dem Dach installierst, in vielen, vielen Gemeinden schon eine Baugenehmigung. Hier bauen sie es einfach abends ab, stellen es wieder ins Wohnmobil, in die Garage, wo auch immer, ins Gartenhäuschen. Und sobald der Tag wieder kommt, aufstellen und ihr Strom wird wieder erzeugt. Und hier für diese beliebteste Kombination ist die Bestellnummer, die ZX3078 und die 569. Der Preis, wo unglaublich günstig, 1206,49 Euro, Porto und Versandkosten frei. Hier sehen wir alle drei Varianten. Das einzelne Powerpack, dann mit 150 Watt Solarpanel und mit 260 Watt Solarpanel. Nochmal im Überblick. Und wer jetzt sagt, ich habe schon ein Solarpanel zu Hause, aber dieses Powerpack interessiert mich, das stellen wir jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz für Sie vor. Ich sage nochmal, die Leistungsdaten hier, es ist 300 Amperestunden, 1100 Wattstunden Leistung sind hier drin. Sie können Geräte bis zu 1000 Watt anschließen. Alles gleichzeitig. Wir haben USB-C, wir haben insgesamt neun Anschlüsse hier, die Sie alle gleichzeitig betreiben können. Es ist unser leistungsstärkstes, größtes Powerpack von der Leistung, was wir haben, auf kleinem Raum, durch die neue Technologie, durch die Smart Lithium Akkus, die hier drin sind, die Sie bis zu 2000 Mal wieder aufladen können. Wir haben gesagt, wenn wir jeden dritten Tag aufladen, 15 bis 18 Jahre vom Hersteller garantiert. Wie gesagt, es ist unglaublich, was möglich ist, auf diesem, auf dieser kleinen Formfaktor möglich ist, dass wir dieses tolle Powerpack haben. Erst seit ein, zwei Wochen haben wir es und wir sind begeistert davon. Die Nachfrage ist riesengroß. Sie profitieren auch noch vom TV-Sonderpreis. Und da sehen wir mit Blick auf Pearl.de der reguläre Preis schon günstig mit knapp 1000 Euro. Wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung und einem marktüblichen Preis von 1800 Euro. Für Sie, solange der Vorrat noch reicht und er wird minütlich weniger, 899,99 Euro. Also mein Tipp für Sie, egal für welchen Fall, holen Sie sich Ihre Stromreserve. Und wenn Sie sagen, das Beste ist genau gut genug für Sie, dann ist es da. Jetzt haben Sie es gefunden. Die Bestellnummer nochmal für Sie. Das ist die ZX 3077 und die 569. Und jetzt schnell sein, kostenlos anrufen unter der 0800 51 51 und dreimal der 4. Und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Urlaub oder was immer Sie damit unternehmen.